sehr verehrte damen und herren schönen guten tag und danke dass sie wieder eingeschalten haben heute werden wir das spiel loopmancer spielen und damit willkommen ein grüßer loopmancer ist endlich raus kam gestern also heute ist der 14 gestern war der 13 logisch kam das raus und ich freue mich schon seit längerem auf das spiel soll so was wie der loop sein bloß in 2d ich habe bloß mal ganz kurz rein geguckt und ich werde das ganze jetzt erstmal löschen und ein neues und normal mode genau dadurch dass das spiel komplett in englisch ist werde ich wahrscheinlich alles was so story relevant ist nur kurz für mich selbst überfliegen pausiert einfach das video wenn ihr der englischen sprache mächtig seid und lese einfach für euch selber durch genau das spiel soll sehr sehr fast pace sein also wirklich ein extrem schnelles spiel ich hoffe ich komme damit soweit klar es ist eine weile her dass ich so 2d sachen gezockt habe aber ja werden wir sehen also es soll auf jeden fall sehr umfangreich sein also auch von den waffen her werden wir sehen wie es läuft so und da sind wir jetzt im spiel natürlich erst mal eine intro cutscene logisch so so Das war's für heute. Ich fühle mich, dass das nicht genug ist. Schau mal an, du hast Wei-Long in den Jail fünf Jahre alt. Aber jetzt ist er kein Punk mehr. Der Mann ist der Head der Longshie-Gang. Er hat deine Gute für sicher. Heute, seine Gang ist die Parade von Panate. Seine Mann werden die Straße verraten. Er werden Sie mit Ihrer Investitionen verraten? Keine Chance. Es wird schlecht. Danke, Mann. Ich mag die Frage. Keine Ahnung. Long-Shi-Town ist eine Party heute. Die Straßen sind voll von Food stalls. Ich bin hier für die Feast. Hier. Das ist für dich. Ja. Be careful, Mann. Wenn der Chump und seine Mann macht eine Fuss, nicht wunderschön. Juste machen, was du musst. Du kennst, ich kann mich aufhören. Du bist richtig. Aber immer, be careful. Ich sehen Sie später. Later. Ich höre, da ist ein Steu-Pork-Restaurant in der Stadt, der aus dieser Welt ist. So, da sind wir jetzt im Spiel. Ich spiel das Ganze mal wieder auf dem Controller. Es macht es irgendwie leichter. Ich bin Mona. Ich bin Mona, der Senior Mission Intel Agent auf dieser Fall. Ich werde Sie mit der intel in dieser Operation. Greetings, Mona. Pleased to meet you. Liu Xin is my supervisor. You saw many well-known cases with her. I'm honored to be part of your team. You're being too polite. Wei Long is currently at the bridge and enjoying the pageant with his underlings. Keep going and cross the barricade. You'll see him once you get down there. Given your skills, this shouldn't be a problem. Thank you, Mona. What do you know about the Parade of Panate? The city god of Longxi town embarks on his annual tour on the fifth day of the sixth month of the lunar calendar. People also call it the Parade of Panate. To ensure a year of fortune free of calamities, Temple crews will organize a rich and colorful parade along the canal. The Longxi gang grew pretty quickly in the past few years. They donated vast sums for three years running. This fest cost them 50 million dollars alone. Thank you, Mona. That bit of intel is actually quite useful. I will keep an eye out on things and update you as we go along. Be safe. I'll see you later. You too. Be careful. So, I'll see you first of all the time. I'll see you soon as soon as I can. Oh, yeah. Granate. Doppelsprung. Okay. Okay. Alles klar. Here we have a dash. Nice. Okay. Okay. I wonder what the blue things are. No. Ah, that's wrong. That's LB. Oh. Here is no one. Here is no one. Okay. Okay. And then we can go up here. Okay. All right. So. 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 Ich habe gerade keine Ahnung. was ich hier gemacht habe. Okay. Okay. Ah. Ah. Warjump. Nice. So. So. Was haben wir hier? Ah. Munition. Okay. Äh. Achso. Okay. Ja. Ich muss erstmal ein kleines bisschen mit der Steuerung klarkommen. So. Wo sind denn hier Gegner? Ich will irgendwas schnetteln. Ich will irgendwas schnetteln. Das kann ja nur der Bösewicht sein. Oh. 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 If it isn't a great detective Xiong Zixi. To what do I owe this pleasant surprise? I'm sure you didn't come all this way just to see our little holiday celebration. This reporter's name is Lizbeth. Hot. She disappeared two days ago. It's too bad I never got to see her with my own eyes. Did any of you see her? Never saw her, boss. You hear that? Now there's nothing else. Piss off. Her co-workers say. You're the last person she interviewed. I said you can piss off. Yeah. You may have heard. We're investigating a murder involving several of your people. If you don't cooperate, I can move this up the chain. Then come back with a search warrant and take you down. If we do it that way, I'm afraid your extravagant parade of Pinnate might hit a few snacks. Screw you! You think you can threaten me on my own turf? Don't think I forgot about our grudge from five years ago. Who do you think you are? You're just a petty detective. What the hell are you all looking at? Put the word out. Whoever kills him gets a 500k reward. Ui! Then I'll kill myself. Fuck it! Fuck this! They got one of our dudes! Fuck the man! Fuck the man! They got one of us! They got one of us! Overkill. What? What? Eh... Overkill is ready to press LR to cast it. Fuck! My arm! Jawollah! Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön weh getan hat. Was? Eh? Ah, okay. Das ist echt geil mit dem Maschinengewehr. Das... Geiße. Okay, also wenn die so rot aufleuchten, dann haben die sowas wie einen unblockbaren Angriff scheinbar. Was ist das? Door opened. Okay, alles klar. Dann rushen wir jetzt wieder hier runter. Jetzt wieder mal die Zombies aussieht. Ammo und Granate. Okay. So. Was ist hier? Kann ich... Kann ich springen? Ach so. Okay, alles klar. Äh... Heal. Ah! Sehr gut. Ich guck noch mal ganz kurz, ob hier unten irgendwas ist. Okay. Mit dem Graveling Hook. Das kommt nice. Okay, hier haben wir sowas wie einen Merchant. Also das Spiel ist irgendwie dafür ausgelegt, dass man halt, äh, öfters stirbt. Uuuuh. 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 Okay, nein. Das ist... Jetzt... Ich hab den gar nicht gesehen. Ich mach den quasi total erschrocken. Uuuuh. Wo ist denn dieser super, äh, Oberkilometer? Ist da die... Die weiße Leiste? Ne. Shit! They got my hair! What the fuck? What the fuck? You fucking leg! Ah, Alter! Das ist so... Junge! Das Spiel doch nicht mal raushauen. Das ist ja... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war. Okay, ich hab keine Ahnung, was das jetzt war. Okay, hier, äh, ist Heilung. Okay, check. Ja, okay, das ist... Ja. Okay. Ja. Ja. Das ist ein Spiel. Okay. Man kann... Was ist das hier? Okay, das sind nur die Anzeige bloß. Also, das ist wirklich extrem fast-paced. Ah, okay, man kann dann nur sozusagen kombolen, wenn man jetzt, äh... noch verschiedene, äh, Skills ready hat. Skill ist ein cooler, ne? Okay. Was ist das? Ah, okay. Das sind jetzt sowas wie Perks. Ich nehm natürlich Attack. So. Alter Schwede, man bekommt hier echt viel Damage. Gut, aber ich hab jetzt noch ne Heilung gefunden. Wieso kann ich ihn diesen Overkill-Hüter nicht einsetzen? Wo ist die Leiste dafür? Oh, 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 oh. Das ist wieder so ein Explosions-Ding. Ah, alles klar. Ich muss mal mehr die, äh, die Waffe einsetzen. Oh, scheiße. Ah, okay, die explodieren erst nach ner gewissen Zeit, okay. Ja, ist gut zu wissen. Was ist das? Jab? Eine neue Tonfahr. Das ist wohl ne andere Waffe. Die ist aber irgendwie Kot. Ich hab halt keine Ahnung, was das ist, ne? Egal. Hier können wir uns erstmal wieder heilen. Es geht ein paar ab. Das ist ja wie... Wieder Verkehr in Berlin. Okay, der erste Botch scheinbar. Geh es an, Big Guy. Geh es an. Oh, zu spät. Der haste da wirklich sogar Big Guy. What the fuck? Oh. Oh. Ja, gut, okay. Ich kenne ja den Botch jetzt noch nicht so genau, also... Wieso habe ich keine Heilung? Oh, ey, ey, ey. Ließe. Oh, holi, holi. Ok, also, ich hab so ein bisschen das Gefühl, wenn man da ein bisschen besser spielt kann man den besiegen, aber... Man sollte da wohl verlieren. Oh nein! Loopmancer! Ja geiles Intro, also mir echt gut gefallen. Auch das Gameplay ist extrem flüssig, also wirklich richtig Flut. Ah, Waifu! Ich finde das cool, dass die das immer mit so einer Zeitangabe gemacht haben. Irgendwie hat das was. Eigentlich völlig irrelevant, aber... Gut, jetzt sind wir hier in der Hub-Area. Ja. Evidenz-Board... ...Revelationships... Okay, also sowas wie Beziehungen zu anderen NPCs dann sozusagen. Okay, also wir kennen hier jetzt natürlich noch niemanden. Erstmal Arschloch lecken, ja nice. Hi, it's me. This isn't anything important. I saw the mail you sent me. I don't want to undergo the spinal neural surgery you mentioned. I know you want the best for me. And I know this new tech looks pretty effective. But please... Just let me think about it for a while. Okay. Okay. Okay, hier haben wir dann sozusagen die Perks, alles klar. Und da brauchen wir diese Prisma-Dinger. Okay. Outfit. Ja, das ist... Okay. Das ist cool. Dann sozusagen fürs Late-Game. Und dann sozusagen schon soweit die ganzen Perks hat. So, und hier starten wir jetzt den Loop. So. Loop gestartet und wieder eine Zwischensequenz. Oder ist das die Startsequenz? Nee, da war ja wieder die Zeitanzeige da. Oder? Nee, hä? Jetzt sind wir woanders auf immer. Noch eine Waifu? Zeshu, du bist endlich gekommen. Es ist schon lange. Wie... bist du denn? Zeshu, du bist endlich hier. Sorry, dass ich dich auf einen Sonntag kenne. Hey. Geht gar nicht. Nach all dieser Zeit entfernt, hast du mich jetzt wie ein Stranger. Du bist in einem viel besseren mood, als ich erwartet. Ich kann nicht immer wiederholt werden. Ich kann nicht immer wiederholt werden. Anyway. Welche Fall ist zu schwer für den großen Liu Shi? Ein weiterer Reporter ist weg, nachdem ihr Fahrzeug wurde hackt. Sie ist ein Reporter mit der Dragon City Daily und der Herrs Frau. Der Herrs Frau ist ein guter Freund und Kollege Klasse von der Direktor. Dieser Reporter war wie eine Frau zu ihm. Warte. Dieser Reporter? Was ist sie wieder? Lisbeth. Es kann nicht sein. Du sie kennst? Ich weiß sie. Aber was ich zu sagen kann, kann dich überraschieren. Sag mir über das. Wei Long ist die letzte Person, die sie interviewiert hat. Du hast meine curiosität, und jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Das ist ein neues Fall. Wer hat dir diese Ente genommen? Ich habe mich überraschiert. Ich habe mich überraschiert. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich bin zu Longshitown, um für Wei Long zu suchen, und zu investigieren. Du meinst, du träumst, für Wei Long in Longshitown? Du hast mich überraschiert, und erzähl mir, wer du die Ente genommen hast? Ich bin nicht schrecklich. Ich bin auch. Ich werde mich überraschieren. Ich werde einfach mit Wei Long in Longshitown. Komm schon weiter. Ich werde mich überraschieren. Parade of Panate ist heute in Longshitown. Das Event ist gesponsert von der Longshitown. Eine weitere Sache. Wie schon wissen, Wei Long ist die letzte Person die Lizbeth interviewiert. Es gibt keine Blut zwischen dir von fünf Jahren. Und jetzt ist er der Head von der Longshitown. Keine Chance, er wird nicht aufgeregt. Gehen zu Dave Reis in ein bisschen zu holen. Entschuldigung. Ich werde bald. Ich sende die Detail Brief zu dem Terminal outside der Office für dich. Erinnere mich, es zu lesen. Gehe nach oben und schaue mit dem Direktor bevor du weg bist. Great. Ah, hier ist... ...ehm... 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 Hmm... Da kann man dann sozusagen wie du eine Levelwahl machen oder was? So, wir sollen hochgehen. So, hier vermutlich? Directors Office. Genau. Zexie, du bist zurück. Danke, dass du zurückkommst für dieses Fall. Hi, Direktor. Es ist schon lange. Du hast Zeit verloren. Ich nehme es, dass Li Yuxin dich bereits auf dem Fallbrief gefüllt hat? Ja. Ich werde bald investigieren. Ich bin ehrlich, dieses Fall meint. Viele Reporter haben verloren. Und nicht nur eine von ihnen gefunden wurde. Ich habe gesehen, diese Mädchen zu leben. Bitte, mach alles, was du kannst, um zu helfen. Lissbeth zurückzubauen. Gut. Jetzt will ich weiter schnetzeln. Equipment. Okay. Ich habe bloß das. Okay. Hä? Hatte ich nie aber erst noch ein Schwert. Was ist das? Ark. Okay. Ah, okay. Double Shotgun. Ein Ziegelstein. Ah, das ist jetzt hab ich nicht gesehen. Das ist eine scheiß Pistole. Das ist toll. So, und was haben wir hier? Flying Axe. Ich nenne... Ach, Double Shotgun. Was sonst? Sprich, Double Shotgun. Das ist sie, mein Mann. Ich vermute dich. Dave Ray. Good to see you. Did you find me new food during my absence? I'm glad you asked. I've been bugging Liu Xin since you've been gone. She says I'm making her gain weight from all the food. The quality of my diet has taken a significant hit. So, did you take Lissbeth's case? Yep. And now, I need your weapon support. No problem. I've got your firepower covered. Just let me know if you're looking for any weapons or upgrades. There's bad blood between me and Waylong. So, he's not likely to cooperate. What weapon do you think I should use to persuade him? I prepared some weapons for you. They're all reliable. Pick whichever you like. Okay, Dave Ray. Hier kannst du also upgraden. Ja. Damage. Hier können wir Damage hochmachen, aber wir haben keine Währung. Okay, naja. Das ist natürlich doof. So, Map. Yeah. Da müssen wir hin. Okay. So, na dann. Feuer frei. Und los geht's. Geht jetzt der Loop endlich los? Der Typ ist so hässlich. Ah ja, das ist das, was wir am Anfang hatten. Okay. Das, äh, das Symbol von dem, von dem Autoflugzeug da, das sieht ein bisschen aus wie Tesla. Irgendwas an Tesla. So, hast du was Neues? Ich bin Mona. Ah, okay. Das ist das gleiche wie vorhin. Okay. Gut. Hey, die Kisten sind weg. fucking Idiot. Ah, jetzt habe ich bloß noch die Päustel im Kind. Glaub' mir. Das ist ja doof. Boah. Toll. Mann hat übelst wenig Munition. Und gibt's jetzt richtig aufs Fressbrett. So, was haben wir hier? Short-X. Ja, ne Waffe. Nehme ich. Ach ne, das sind... Das sind wieder... Ne. Ich nehme einfach mal und vorne mit. Bei. Hä? Ne, hab ich jetzt Scheiße gebaut? Bestimmt hab ich Scheiße gebaut jetzt. Ah, da müssen wir erstmal Warten wechseln. Okay. Ja, das muss man nur erstmal wissen. Das müssen wir nur erstmal wissen. Oh. Oh. Also es dauert immer kurz, bis man so die Waffen gewechselt hat. Naja, gut. Nee, hä? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr? Aber während der Kombo dann wahrscheinlich. Easy, easy. Ah, die lassen, die lassen, äh, Dynamit fallen. Okay. Und ob das hurtet. Oh, geil. So, dieses Slow-Mo-Kill ist aber geil. Okay, hier geht's hoch. Hab ich jetzt irgendwas... Ah, fuck. Hab schon. Das gibt's aufs Maul, du Assi. Ich hab keine Munition mehr. Das gibt's nicht. Oh, oh, wart auf knapp. So, was haben wir? Ähm, Sharp-Shooter, mehr Ammo? Ja, ich nehm mal mehr Ammo. Macht vielleicht Sinn bei der, bei der Shotgun, weil die kaum Munition hat. Okay. Ah, sehr gut. Und jetzt hin. No Supplies required. Okay. So, ähm, und halben wir uns mal. Haben wir irgendwas an Währung? Ein bisschen. Wirst du bestimmt irgendwas cooles zu verkaufen, oder? Nee, okay. Ah, okay, der hat hier das Zeug. Aber wir sind so ein bisschen wie broke. Äh, was ist denn... Wie kann ich denn das wechseln? Ich hab keine Ahnung, wie ich das wechsel. Na gut. Oh, den hab ich wieder nie gesehen durch die Säule. Die Shotgun, die ist echt nice. Muss ich schon sagen. So, du kriegst auch's Maul. 10 eingeschlafen. Wieder keine Munition. Man muss selber nachladen. Okay. Oh, komm. Ah, hier geht's runter. Okay, da brauchen wir nicht runter. Okay, also mein... Meine Special ist sowas wie ein Burn-Effekt. Ich hab doch... Ah, ich hab auch noch Granaten. Da muss ich auch mal dran denken. Vielleicht noch die Granaten so ein bisschen mit einsetzen. Gerade wenn jetzt... Genau, hier... Nee. Was war das? Eine Mine? F***ing Ace. Okay, also Melee ist ein Crash. Ein Neues. Massive. Der Ace nicht geht's der Gott. Direkt neu. Also ich fänd's ja geil, wenn man hier sowas wie eine Melee weapon wenigstens mal am Anfang bekommt, weil die... Weil die... Äh... Die Fäusten sind irgendwie nicht so pralle. Was haben wir hier? Hook activated. Okay. Oh, okay. Also man hat I-Frames. Ich glaube, die ganze Dash-Dauer. Nee, heilen brauchen wir nicht. Das können wir uns sparen. Ja, ich hab das Gefühl, man kann nur einmal heilen an den Dingern. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. So, hier unten kann man bestimmt noch irgendwo was holen, ja. Ja. Was? What? Okay. Ich höre sowas wie ein Uppercut. Nein. Oder? Ah. Okay, hier gehen wir mal hoch. Ich habe immer noch keine Ahnung, was man damit macht. Okay, also hier rein. Jetzt kommen wieder die Zähne, die kennen wir ja schon. Denk da aber nicht dran. Jetzt habe ich bloß eine Pistole. Okay, gut. Das lief ja schon mal ganz gut. Und hier geht es nicht weiter. Ah, das Weiße ist außerordentlich. Hat er gerade Mother gesagt? So. Door opened. Komme ich hier hoch? Nee, okay. Also geht es hier unten weiter. Gut, das wird ja dann nur angezeigt, welche Tür geöffnet wurde. So, wir heilen uns. Wir haben jetzt ein bisschen was an Währung. Facts. Ja, die nehmen wir mit. Alles klar. Endlich. Jetzt gibt es aufs Maul. Das hat weh. Die Axt haut ja mal richtig rein. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo sind die? Okay. Hörst du deutschen. Äh, zu locken. Ja, also mit einer Melee-Webben geht das wesentlich einfacher. Die Frage ist, ob ich dann oft mal sowas wie einen Curry oder einen Block bekomme oder so. Das wäre echt cool. Was haben wir hier? Lightning Spear. Geil. Die Frage ist, kann ich den jetzt irgendwie schon ausrüsten? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Wahrscheinlich dann immer am Start von einem neuen Run. Die Schwertypen, die sind irgendwie eklig. Aber wenn ich die zuerst angreife und die staggern, dann geht's noch. Oh, den hab ich wieder nie gesehen. Keine Chance, dude. Was haben wir hier wieder? Ach, das ist wieder so ein permanent Upgrade? Okay, Melee-Attack natürlich. So, äh, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich bin von oben. Ah, hier oben, okay. Okay, da sind... Wohne ist da. Wohne ist das für euch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Natürlich. Oh, schwein. Wie sieht man manchmal so schlecht? So, wir gehen mal hier rein. Okay, Munition leer. Alles klar. Achso, die ist wieder zugegangen. Äh, Pyroblast, Flying Axe und ein Brake. Nehme ich alles nicht. Was haben wir hier? Terminal Insurance. Terminal, you can gain from a level, will not carry over to the next one. Okay. Wir heilen uns jetzt hier mal hin. Try running again and I'll break your damn legs. I really never saw the bitch. Now piss off! Okay, jetzt kommt wieder Big Boy. Äh, Big Guy. Alter, damage ist irgendwie echt scheiße. Is that it? Nice dodge. Nice dodge. Nice dodge. Wir legen hier eine Mine hin. Da kommt jetzt sicher an. Und bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Etz. Mine. Nachladen. Dodge. Bum, bam, 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 dodge. Okay, der kommt jetzt an. Mine. Ah, die ist... Scheiße. Ah, ich hab ihn. Yes. Nice. Erster Boss down. Oh, das Ding ist geil. Das nehmen wir mit. Free, also... Ah, du musst es auch füllen und dann hast du permanent Upgrades. Alles klar. Alles klar. Alles klar, alles klar. Also, die kann man sich dann immer kostenlos holen, sozusagen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, wo geht's lang? Wo? Oh. Oh. Ja, ja. Langsam, langsam krieg ich so den, den, den Hang. Langsam klappt's besser. Was ist das? Die ist auch nicht schlecht. Aber, da warte ich erst noch. So. Ähm, ja. Wohlang? Hier komm ich nicht rein. So, hier hoch, oder? Nee. Wieder runter? Oh, oh. Boi. Alles klar, jetzt nicht so cool. Ah, hier hoch. Okay. Geh hoch, Mann! Ich verstehe. So, du klickst aufs Fressbrett. Schnell rüber. Schnell rüber. Der aktivierte Sing. Heh, heh, heh. Heh, heh. Man down, man down. Geil. Stupid asshole. Oh, das hab ich nicht gesehen. Also, solange die nicht wieder diese, diese Attacken machen, wo die nicht staggern, ist das alles relativ gespannt. Hier haben wir wieder ein Upgrade. Äh, was haben wir? Blood Tank. Oh, das ist gut. Oder mehr HP. Ich denke, ich nehme die Heilung. Eine Heilung mehr ist immer gut. Stirb. Zack. Ach, Mist. Geil. Geil. Okay. Also, ich muss immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen drauf achten, auf den, auf den Cooldown. So, hier geht's hoch. Und weiter. Dann gehen wir runter. Und wieder beim nächsten Boss, oder was? Hey, kitty cat. Ah, okay. Das war jetzt praktisch so das erste Level. Gut, also, wir kommen dann praktisch jedes Mal, äh, nachdem wir was geschafft haben, wieder in die Hub-Area zurück. Es ist Glück, dass du wieder eine Schnauze zurückkommst. Wo geht man hin? Das sieht cool aus. Da gehen wir da hin. Hier kann ich mir ein Geschenk abholen? Okay. Sehr gut, jetzt haben wir unseren ersten Chor. Melee-Weapon. Aber wie kann ich die jetzt ändern? Oder muss ich die immer finden? Glass-Bottle. Flying Axe. Was ist, wenn ich das jetzt so... Das ist eine Warf-Bug. Pyroblast. Ich nehm einfach mal die Glass-Bottle. Oder? Ah, nee, 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 nee. Nee, nee, wir bleiben dabei. Das ist schief. Ich hätte dir mehr Schnauze gegeben. So, da kann ich ja jetzt... Genau, den rüsten wir auf. Müssen wir mehr Damage haben. Dann Tactical Gear. Chip. Cooldown. Damage. Ja. Alter, jetzt pumpen wir ja richtig. So, neue Zone. Mit richtig Damage jetzt. Das macht wahrscheinlich wieder irgendwie so eine Zwischen-Scene, oder? Nee, das ist das. Cougar Industries. Oder irgendwie so. Woa. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ne, ne, den interessiert das gar nicht mehr. Alter, was sind denn das für Dice? Alter! Wie fies ist denn das? Oh, ich Junge! Alter, wie schwer sind die denn? Ich hab grad jetzt alle meine Heilung verbraucht! What the fuck? Alter! Ah, ist eine gut. Äh, ist ja nur eine? Ich bin irgendwie noch im Kampf? Hä? Ah, hier oben! Oh nein! Was sind denn das für Dinge? Oh Gott, der Ton ist gefallen, was geht denn da ab? Okay! Wie hat mich das jetzt bitte getroffen? Achso, da war noch eine Antwort! Okay! Ah, jetzt wird's langsam ganz schön eng! Oh, ich hab auch keine Heilung mehr! Na, ich versuche jetzt wenigstens noch so weit zu kommen, wie ich's schaffe! Oh ja! Oh ja, abgetroffen! Ah! Da war eine Boyzone! Ah, alles klar! Also das war echt heftig! Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je! So, hier hab ich natürlich wieder nix! Ähm, ui, was haben wir denn hier? ein Ton-Fahr. Das ist... Bleibt das Ding jetzt abgegradet? Oder nicht? Das bleibt abgegradet. Geil. Ja, dann nehme ich das. So. Neuer dann. Neuer Run. Und there we go again. Und geht direkt aus. Und ich krieg direkt Damage. So, hook activated. Oh, zack. Und a river here. Dann können wir nochmal kurz hier unten schauen, ob hier irgendwas ist. Äh, nö. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir noch kurz hier einen mit her. So. Was ist das? Granaten. Ich denke mal, die könnten gar nicht mehr so schlecht sein. Gerade für das zweite Biome dann. Bringt mir zumindest mehr als diese Mine. Äh, okay, der ist nicht aktiv. Den muss ich erst aktivieren. Und zwar hier. Gut, dort oben geht es dann weiter. Aber wir holen uns jetzt erst mal noch schnell die Supplies. Ah, okay, wir brauchen gar nicht mehr. Ah, okay. Ja, nur. Und, passt jetzt ja. Oh, doch mal. Ah, wieder nie aufgepasst. Gut, war bloß ein kleiner Hit zum Glück. So. Wollen wir mal schnell die Heilung snacken. Kleist mitnehmen. Brauchen wir nicht. Keine Ahnung, was das ist. Wieder irgendein Lord's Egg. Salted Fisch? The fuck? You motherfucker. Okay. Was ist das? Achso, ich hol jetzt die Glasfartel. Also, die waren für die Pugel ja richtig rein. Hey, da war das ja richtig einfach jetzt erst mal. Äh, wo geht es lang? Rapplinghook. Ihr kriegt jetzt richtig abgefressen. Okay, mir gab es jetzt auch eine. Shit. Jetzt legt noch mal kurz ein Heal hier. Ja. Fucking hell, you fucking... I was so off close. Oh, nein. Oh, man, sehr nervt. Watch this. Witch, die. Schnauze. So, was haben wir hier? Fuck, fuck, fuck. Was ist anders? Was ist das hier gar nicht? Fuck you. Komm wieder. Oh, man, fuck. Oh, man, fuck. Jetzt habe ich so aufgesagt. Ich sit das mal an. Oh, man. Oh, man. Verdammt, großartig! Du hast einen guten Weg gemacht, du hast einfach verloren. Du denkst zu groß über dich selbst. Ich werde dich am Ende holen. Der gefällt mir. Und dann schön abruhen. Was denken wir uns noch mal hier? Ah ne, jetzt kommt er auf uns, schade. Ich überestimte ihn. Ist das alles? Blöder Penner. Ah, wenn der gekornert ist. Das ist nicht so gut. Aber ich habe keine Heilung. Das ist nicht so cool. blöde kein Schicksal. Blöde, blöde... Blöde, blöde... Blöde, blöde! Blöde, blöde! Blöde! ja okay extrem aufpassen so einen machen wir noch habe ich wieder keine waffen weil ich wieder nie in dem abgespawnt bin ich politiert das war wieder so richtig dämlich jetzt wieder irgendwo eine waffe besorgen earthquake eigentlich ziemlich nice aber ich will ich will das sparen weil ich mir den lightning speer holen will gleich sprich ich ja jetzt hier doch mal irgendwie eine waffe an das ist geil die haben eine extrem coole hitbox irgendwie also selbst wenn die auf dem boden liegen kannst du die wenn du die abwürbst trotzdem noch treffen ist das irgendwie witzig so ammo brauchen wir ammo ich glaube nicht ich würde eher mehr die äh skill cooldown nehmen langsam langsam platz so warte mal was haben wir hier machete okay brauchen wir 300 habe ich nicht ähm sonst an sich den rest will ich erstmal noch nicht haben was ist das das ist der salted fish ist das wird besser was was ist das unter Mass-Hulk-Rifle, alter geil! Also ich mag so diese Schnelle mit den Fäusten. Die könnten halt bloß einfach mal ein bisschen mehr Schaden machen. Warte, ich wurde bisher noch gar nicht gehittet, oder? Erster Hit. Na gut, gegen so viele ist es dann tatsächlich relativ schwer, muss ich sagen. Gut. Ach, die sind, die sind richtig eklig. Okay. Ja, gut. Ein Hit bisher. So, was haben wir hier? Melee-Attack. Wie immer. Ne, wir machen so schon kaum Schaden, dann möchte ich das wenigstens noch ein bisschen upgraden. Hmm, 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 hmm. Hier geht's nicht weiter. Ja, von 7 auf 12, das geht. Alter, ist der hier? Ich dachte, ich komme da drüber. Neiße. Ist das wieder so ein Boxer-Typ? Ja. Sehr gut. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die andere Seite gucken. Ja. Können wir auch noch ein paar Leute vor Prügeln. Oh, ich bin so nah. Hä? So. Du denkst zu hoch über dich selbst. Ich werde dich in der Ende bringen. 1.400? Nehm ich die Double-Shotgun mit. Ich nehme die Double-Shotgun mit. Die ist besser als die Pistole. Nehmen wir noch einen Heal. Try running again and I'll break your damn legs. Ich rufe... Ah, der kommt zurück. Was muss ich mir irgendein... Ah. Uh. Das wird jetzt sehr, sehr knapp. Der Computer zurück bestimmt. Oder? Ne, diesmal nicht. Das ist... Das ist ein gefährlicher Skill. Können wir den noch schaffen? Oh, oh, da kommen wir da ja noch von hinten. Der muss schnell, schnell, schnell weg. Sonst wird es kürzer. Ja, take care of my... Oh, ich habe ein Chor bekommen. Geil. Ja, ich denke mal, das... Wurde ziemlich das Ende sein. Also ohne Melee ist... Also ohne Melee-Waffe ist das gar nicht mal so einfach. Wo haben wir noch? Oh, muss ich mal nicht vergessen. Ah, Terminal Chorons. Und dann hat praktisch so etwas wie ein Failsafe. Okay. Auto-Shotgun. Oh. Na gut. Weit kommen wir sowieso nicht mehr. Also... Why not? Machen wir ein bisschen aufpassen, ja. Fuck you. Fuck you. Ah, dies ist mir schlecht. Das ist Kofi-Gamepay hier. Pro-Gamer-Style. Die schabelt ja mal richtig rein. Oh, oh. Mein letzter Schuss. Okay. Alles klar. Ja, es läuft immer besser und besser. Dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du bei der ersten Folge dabei warst. Die zweite wird, denke ich mal, nicht so lange auf sich warten lassen. Nie vergessen, Like und Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Johnnys raus. Ciao. 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 Vielen Dank.